Hallo, Thomas hier. In dieser fünfteiligen Serie zeige ich euch, warum man niemals ohne Regelung planen sollte. Heute ein hybrides Lüftungskonzept stellt Komfort und Luftqualität sicher. In diesem Beispiel sehen wir einen Ausschnitt aus einem Schulgebäude. Jeweils auf der Nord- und Südseite des Korridors befinden sich Klassenzimmer. Um während der Unterrichtszeit einen möglichst hohen Komfort bei niedrigstem Energiebedarf zu ermöglichen, sieht das Konzept folgende Betriebszustände vor. 1. Natürliche Belüftung und Nachtlüftung des Korridors im Sommer bzw. bei schönem Wetter. 2. Mechanische Belüftung des Korridors bei schlechtem oder kaltem Wetter. 3. Entlüftung des Korridors über die Abluftöffnung oben im Treppenhaus bzw. mechanisch im Treppenhaus. 4. Belüftung der Klassenzimmer mittels Verbundlüfter. 5. Beheizung der Klassenzimmer mittels Konvektor im Verbundlüfter. Um dieses hybride Lüftungskonzept zu simulieren, ist es notwendig, dass die einzelnen Regelungen wie in einer echten Gebäudeleittechnik miteinander kommunizieren. In diesem Modell wurde dazu eine zentrale Gebäuderegelung entwickelt, welche folgenden Prinzipien folgt. 1. Die einzelnen Fensteröffnungsregelungen für die Fenster in den Korridoren senden nicht nur ein Öffnungssignal an die Fenster selbst, sondern ebenfalls an die Abluftöffnung oben im Treppenhaus. 2. Die Abfrage, ob das Wetter schlecht, also kalt, windig, regnerisch oder zu heiß ist, erfolgt in der Regelung der mechanischen Lüftung. Sollte diese freigegeben werden, wird Fensterlüftung per Regelsignal verboten. Gleichzeitig erfolgt die Freigabe für die zentralen Lüftungsgeräte und die Abluftwärmepumpe. Die Luftmengenregelung der Geschosse erfolgt dann individuell in den Korridorzonen. Die Verbundlüfter zwischen Korridor und Klassenzimmer werden im Modell ähnlich wie ein zentrales Lüftungsgerät modelliert. Deren Luftmengenregelung erfolgt dann je nach Bedarf im Klassenzimmer. Die komplette Regelung im Detail zu erklären, würde etwas länger dauern. Aber ich möchte am Beispiel der Fensteröffnungsregelung das Prinzip auf der tiefsten Regelungsebene zeigen. Die Fensteröffnungsregelung besteht aus zwei Hauptteilen, Taglüftung und Nachtlüftung. Das jeweils größere Öffnungssignal wird das letztendliche Fensteröffnungssignal, wobei die gesamte Regelung mit Thermostatregelung, also 0 bis 1 bzw. On-Off-Reglern aufgebaut ist. Die Taglüftung erstens ist im Korridor der CO2-Gehalt auf 1200 ppm gestiegen, wird das Fenster geöffnet, bis dieser auf 800 ppm gefallen ist. Es kann früher geschlossen werden, falls die Raumlufttemperatur auf unter 20 Grad abfällt oder spätestens nach 45 Minuten. Zweitens, der Temperaturteil öffnet ab einer Raumlufttemperatur größer 23 Grad Celsius, bis diese wieder auf 20 Grad Celsius gefallen ist. Drittens, die Taglüftung kann nur erfolgen, wenn es draußen kälter ist als innen. Dies gilt auch für den CO2-Lüftungsteil. Das heißt, um Überhitzung zu vermeiden, wird dann auf kontrollierte mechanische CO2-Lüftung umgestellt. Die Nachtlüftung. Erstens liegt der gleitende 12 Stunden Mittelwert der Raumlufttemperatur aller Korridore über 21,5 Grad Celsius kann prinzipiell Nachtlüftung erfolgen. Zweitens, dies passiert, solange es draußen kälter ist als im Korridor und die Außenlufttemperatur über 10 Grad Celsius liegt. Drittens, erst wenn die Oberflächentemperatur der Decke im Korridor 16 Grad Celsius erreicht hat, geht man davon aus, dass der Wärmespeicher der Bauteile geleert ist, dann wird die Nachtlüftung beendet. Viertens, spätestens mit Tagesanbruch wird die Nachtlüftung über den Zeitplan beendet. Okay, das war jetzt ganz schön trocken, aber gleich haben wir es geschafft. Noch ein kurzer Blick auf die Ergebnisse. Die Fensterlüftungsregelsignale. Wir sehen, dass erst alle Kriterien, dargestellt als gestapelte Flächen, erfüllt sein müssen, damit das Fensteröffnungssignal, blaue Linie, erfolgt. Dies funktioniert bei der Tag- und Nachtlüftung. Was passiert nun im Korridor? Die beiden Fensteröffnungssignale in einem Diagramm geben uns ein besseres Bild über die Öffnungszeitpunkte. Taglüftung ist nun grün, Nachtlüftung braun. Es wird schnell deutlich, dass die andauernde Nachtlüftung die Zone kühlt. Wärmeverluste oder Gewinne durch Luftvolumenströme sind in der Wärmebilanz unten rot dargestellt. Auf dem negativen Teil der Y-Achse sehen wir Wärmeverluste. In der Energiebilanz, Mitte, sehen wir, dass der größte Teil dieser Wärme durch Luftvolumenströme, durch Infiltration und Öffnung, also Fensterlüftung verursacht wird. Interessant ist zum Beispiel der Zeitraum zwischen 7 Uhr und 9 Uhr. Hier tritt mechanische Lüftung auf. Blau in der Energiebilanz. Dies ist ein zeitplaninduzierter Morning Flush, gefolgt von einem kurzen Lüftungsbedarf, weil etwa um 9 Uhr keine Fensterlüftung erfolgen kann. Aber woher kommt dann die Infiltrationsluftmenge am Vormittag? Dies verrät uns nur ein detaillierteres Diagramm der Luftvolumenströme in der Zone. Es handelt sich um Infiltration aus Innenwänden, also die Luft, welche aus den Klassenzimmern zurück in den Korridor strömt, wenn alle Verbundlüfter in Betrieb sind. Und was passiert im Klassenzimmer? Zuluft kommt immer über den Verbundlüfter. Der Überdruck wird größtenteils über Exfiltration zum Korridor ausgeglichen, ein kleinerer Teil über Außenwände. Die Lufttemperatur steigt an heißen Sommertagen nicht über 25 Grad Celsius und der CO2-Gehalt, obwohl eigentlich nur über den CO2-Gehalt des Korridors geregelt, bleibt unter dem projektspezifischen Maximum von 1400 ppm. Ein solches Konzept in der Praxis ungetestet einzusetzen, birgt ein hohes Risiko. Schließlich ist Fensterlüftung in dem Klassenzimmer nicht vorgesehen und Luftkanäle, Sensoren und andere anlagentechnische Bauteile wurden auf ein Minimum reduziert. Die Simulation ist ein verlässliches Werkzeug, um ambitionierte Konzepte auf dem virtuellen Prüfstand auszuprobieren. Viel Spaß beim Einsatz in euren Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.